Die Browser-Plattform ist heutzutage fast nicht mehr wegzudenken aus der modernen Applikationsentwicklung. Und JavaScript ist eines der Standbeine der Browser-Plattformen. Daher ist es essentiell, dass man ein vertieftes JavaScript-Know-how auch aufbaut. Mein Name ist Jonas Bandi. Ich bin der Trainer für moderne JavaScript-Entwicklung und Angular bei TechDoc. In meinem Workshop versuche ich aufzuzeigen, wie sich das JavaScript-Ökosystem in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat und dass man sehr effizient Applikationen für die Browser-Plattform implementieren kann, basierend auf modernem JavaScript, basierend auf TypeScript und basierend auf Angular, im speziellen Angular 2. Das Zielpublikum meines JavaScript- und Angular-Workshops sind Entwickler, die traditionell aus dem .NET-Umfeld oder dem Java-Umfeld kommen, die lernen möchten, wie man jetzt auch mit JavaScript effizient Applikationen entwickelt. Coٹ. Team. 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 visiert- Ricardo und Trainer-加入 realistingu können. Team. Team. Team.